so bei uns geht es hier lustig fröhlich damit weiter wir haben jetzt ein slayer wir haben metalliker dann kommt hier natürlich megadeth wir müssen wieder ein dual aufnehmen können wir gerne machen schubsen so ich habe noch nie gesehen also ich bin echt stock sauer was soll dieser kacken verlJa was muss ein paar nicht ha ha wow ha hon schön aber so und es war froh Ja, dieses Item beinhaltet übrigens ein kleines Gimmick, dessen Nutzen keiner weiß. Dazu kann ich nur sagen, also ich kann es ja nicht mal sagen, also dann muss ich wirklich ausführlich mal sagen, dass ich dazu sagen muss, dass ich etwas zu sagen habe, darüber, dass ich etwas zu sagen habe, nämlich scheiße! Das war das akastische Kommentar zum Selbsteinblenden, zum Selbstüberlegen, ne? Das soll ich auch mal machen. Das fördert den Geist, also. Ja, okay. Logo, logo, alles logo. Super, Outro, bin dann weg. Möchile Madula Gameplay. Achte, Madula hat auch wieder mitgemacht, ja, das freut uns aber jetzt. Die haue ich schon mal raus. La, 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 la. Immer noch schön auf Nachbearbeitung und Interaktion gehen, weil die halt immer noch Defizit haben. Ganz schlimm hin. Nein, 5% Abonnenten. Ja, sorry, nein, ich muss nämlich einen Voxruh aufnehmen. Hört mir da gerade ein. Darum geht es hier nämlich ursprünglich. Keine Ahnung. Jetzt geht das Gerücht um, dass du, dass du nur Videos, ich kann das so schnell nicht lesen. Ich kann auch nicht gut lesen. Ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwas kommt, wo ich auf irgendeine Weise wieder Abonnenten verliere, die ich jetzt gerade gewonnen habe. Bis dann, tschüss. Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht die Energie habe für den Voxruh, wenn ich mich machen wollte, weil ich mir dann nicht dran gedacht habe, zu penne zwischendurch. Ah, ah, ha, 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 ha. Ah, ah, ha, ha, ha. Das war so klar, das war so klar, ihr Pisser. Sie empfehlen mir auch noch, es zu ignorieren. Das sind so Schweine. Musste sowas denn jetzt kommen? Ich hatte gerade, oh Mann, ich hatte gerade wieder die 5% gewonnen und hatte es jetzt gerade geschafft, glaube ich, den Platz einzukriegen. Natürlich kommt dann so eine Scheiße. Oh Mann. Das ist so ärgerlich und das ist auch Kacke, das gefällt mir überhaupt nicht hier. Scheiße, ich bin schlecht gelaunt. Du, du, du. Du machst mir jetzt das Walkthrough. Ich habe keinen Bock. Ich bin jetzt, ich bin jetzt sauer. Das ist dein Arbeitsplatz. Gut, dann nehmen wir halt jetzt, wenn wir mal ein ganz anderes, und zwar nehmen wir jetzt. Das weiß ich natürlich nicht. Gehen wir mal eine ganz andere Sparte. Mir ist frustriert. Oh, wie ärgerlich. Oh, oh. Das weiß ich, das ist zu ignorieren. Hupsa, doch nicht. Hab dich verarscht. Tut mir leid. Kackspiel. Hasse dich. Ja, wir nehme ich jetzt gleich mit, äh, wirklich ein Gemeinschaftsprojekt auf, wenn ich ausgeschlafen habe. Nehme ich das noch als Duel. Das Duel. hhm. Wablabla. 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 Ich hab das jetzt gewagt wegen der Zeit, weil ich dem anderen eigentlich noch zwischendurch sagen muss, dass er das Ding hochladen soll. Das muss ja nicht von alleine. Oh, der wär ja heavy gewesen hier. Das muss ja nicht von alleine. Ich bin grad hochkonzentriert und ich versuch mich zu beeilen, weil ich nämlich keine Zeit habe. Der war jetzt eben noch bei 50 Stunden. Das ist noch eine ganze Menge. Das ist ganz okay. Der wird wahrscheinlich nur maximal 10 Stunden brauchen. Deswegen geht das noch. Den muss ich aber jetzt als allererstes den hier machen. Ja, natürlich sind es noch 3 Stunden. Wie kann der denn jetzt bitte schön fast 50 Stunden lang gezockt haben? Scheiße da. Das ist doch echt schon Brian. Ja, wenn einmal was schief geht, dann geht gleich alles schief. Das ist doch normal. Komm, lass mal so. Mehr geht nicht. Auf was wartest du? Das ist doch fertig, sag mal. Ja, aber das ist echt total dämlich. So eine Aufnahme dauert 2 Stunden und keine 50 Stunden. Ja, zum Glück geht es hier nur um Geld. Und das habe ich nun mal echt nicht nötig. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt diese Aufträge noch annehme. Weil die bringen mir einfach nur Geld. Die bringen keinen Abonnentenzuwachs, gar nichts. Die bringen mir absolut keine relevanten Vorteile. Überhaupt nicht. Das ist gar nicht für was ich mit diesem Stress noch mache. Was mich jetzt wirklich zu dreck ärgert, ist dieser... Ja, jetzt bin ich nämlich schon wieder Platz 14, jetzt bin ich nämlich richtig abgefallen. Und natürlich, je höher du bist, desto mehr tut 5% natürlich auch weh, ne? Ah, wegen so einem sendlosen Scheiß da. Was ist es denn momentan, was ich jetzt wieder kriegen muss? Der ist ja schon bei 5,6 mittlerweile. Na, ich hatte die 5,6. Scheiß Wutbürger, da waren sie wieder. Na gut. Ich hatte, ja... Weshalb es mich ein bisschen ärgert ist, weil ich jetzt wirklich gedacht habe, ich kriege das jetzt heute in der Aufnahme hin, dass wir diesen Punkt endlich erreichen, um zu gucken, äh... Haben wir dann gewonnen? Oder kommt da die nächste Aufgabe? Kommt da noch was? Das hätte ich jetzt heute gerne gewusst. Aber durch diesen... Also ich bräuchte schon mindestens einen, äh... einen 10% Bonus bräuchte ich jetzt, um... um das wieder reinzukriegen, was wir jetzt eben verloren haben. 5,6... Mit 5% käme ich da nicht weit. 5,6... 5,6... So... Nein! Ich geh jetzt eigentlich ins Kino! Der Ruf ist mir auch scheißegal, lasst mich in Ruhe! Ist ja alles doof! Ich geh jetzt nicht! Wenn ich jetzt so lange den Rechner aufrüsten, wird es ja auch on top ist. Und besser in dieser blöde Link wiederkommt, den ich ablehnen muss. Wenn das Spiel mich verarschen, dann verarsche ich das Spiel, so! Ich hab's sagt's! Ich hab's äh! Ich hab's gesagt! Ich habe gesagt, dass ich jetzt nicht so lange den Rechner aufheben. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, das ist wie gut. in der wurde oder soll das mit die post bringt sehr liebensgewürzig Ach, die Hase ist aber nett, das ist nämlich die Postbank, das ist wirklich sehr lebensgewürzig. Der ist auch bald auf dem neuesten Stand, da kommt jetzt sicher schon der ganze Spacey gegraben. Wir haben jetzt schon am Punkt, dass wir diese Sachen sich glaube ich bald nicht mehr erneuern lassen. 11,18. Bei 10.000 käme ich auf, äh bei 10.000, bei 10% käme ich auf 5,7, dann hätte ich ihn. Kann ich grad nicht. Kann ich grad nicht. Permanent aufrüsten, das ist mein Ziel. Vielleicht will ich zu viel, aber ich spül ja auch mit Briel. Und manchmal auch mit Bria. Es gibt zum Beweisen die ja... Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, äh, ob irgendwas damit erreiche oder nicht, oder... Aber damit kann ich jetzt wunderbar die Restzeit dieser Folge verdrödeln und dann mach ich die Aufnahmepause und dann muss ich hier mich eben doch nochmal dran setzen irgendwann. Und demnächst muss ich das ganze trotzdem nochmal machen. Muss halt nochmal versuchen, diese Kack. Oh, Mann. Oh, Post ist da. Vielleicht wenn ich meinen vierten Arbeitsplatz voll ausgebaut habe, vielleicht kriege ich dann eine Belohnung. Das war's schon. Ich kann mir auch den Grüne. Oh. Oh, Mann. aber so ein paar komponenten sind hier schon jetzt auf top stand also die software zum beispiel ist nicht mehr aufbesserbar da passiert schon nichts mehr jetzt kannst du dich meinetwegen mal kurz mit dem manuell unterhalten während ich hier die sachen auspacke immer noch keinen blöden link im netz gefunden also schön scheiße aus kopfhörer das letzte so genau jetzt gibt es nämlich den weißen rechner glotz die maus dazu und dann haben wir alles trotzdem kein internet link auch mann dann mache ich jetzt die aufnahmepause wir haben jetzt wieder ein paar folgen gehabt wo wir alles am knallenlos überzogen haben das ist ja immer schön das machen wir immer gerne und wir waren kurz davor platz eins zu kriegen aber dann hat das spiel ja gemeint jetzt schweiß mal mal so richtig schön fett auf den tisch arschgelöcher also gibt es noch eine aufnahme wohl vielleicht beim denn nächsten aufnahme dann endlich dieser Kackplatz 1 erreichen, wo sich das Spiel einfach vehement weigert, das mir halt zu gönnen. Ich hab's längst verdient, aber bitte gut. Ist mir auch egal. Das letzte Stück Drum und Nymus Pizza. Tschüss Jay-Z, tschüss Baby, tschüss ich selbst, hocke da unten, ist mir egal. Ich bin raus. Bis morgen. Mahlzeit! Bis morgen.